Herzlich willkommen zu der Verleihung des Deutschen Krebspreises 2021. Es war heute, glaube ich, auch sehr schön. Der Genius Loki macht wirklich was aus. Ich würde mich aber freuen, wenn wir 2022 nicht nur den Genius hätten, sondern auch den realen Applaus für unsere Preisträgerinnen und Preisträger, sodass wir wieder real die Preisverleihung machen können. Das wäre ein großer Wunsch fürs nächste Jahr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017